im rahmen meiner individuellen forschungstätigkeit habe ich mir gedacht jetzt mach mal was für inneres so intern immer nennt du weißt was ich meine so habe ich mir gedacht 2 3 für experimente jetzt habe ich mir gedacht innerlich also virtuell gedanklich technisch die zahl 20 20 für profis die 2 ist dran 20 20 auf jeden fall habe ich gedacht jetzt sehe ich die zahl 20 von mir und schneide sie einfach mal in der mitten durch so habe ich gedacht ich nehme die schere das nachher bin ich drauf gekommen die schneit ja gar nicht richtig da muss man noch eine andere nehmen also habe ich jetzt mit dieser sage ich mal schadhaften schwere 20 durchschnitten dann war die zahl a 2 1 ist falsch ist ja keine 1 dabei die zahl 2 und die zahl 0 separiert in vitrio sozusagen dann habe ich mir gedacht wenn das jetzt rauskommt es ist die zahl 20 virtuell ja kann man so auch nicht mehr vorhanden weil wenn es die zahl 20 teils 20 durch 20 durch die zahl nur 7 kommt ja normale zahl du weißt was ich meine das ergebnis ist ja bekannt dann hast du ein ergebnis dann kannst du ja wieder sagen retrograd diese bekannte ergebnis zahl mal 7 geben gibt wäre die 20 aber bei mir ist es gar nicht möglich weil ich habe ja zuerst mit dieser schere geschnitten gedanklich und dann habe ich auch rausgerissen voll so wie bei einem blatt und das kann ich jetzt gar nicht mehr zusammenfügen weil ich weiß jetzt gar nicht die riskante ja und jetzt sind im universum die zahlen 20 als solche nicht mehr vorhanden die wollen das rauskommt da ist ja und es wird herauskommen mit kai und so das sind ja viele rechnung vorgänge nicht mehr vorhanden zum beispiel wenn jetzt einer sagt ja 14 bloß 6 er musste innerlich aufrunden und muss ja sagen 14 6 ist 21 will 20 gibt sie nicht mehr ich glaube ich rufe gleich mal bei mir die rechtsschutzabteilung und vielleicht kann man die dabei helfen